Solange wir uns so in manchen Phasen entwickeln, wie wir das heute gemacht haben, einige fehlen, auch im Oktober, im November, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir die Ergebnisse in der Nations League nicht das Allerwichtigste, sondern ganz ehrlich, ich habe gesagt, auch zur Mannschaft, ich möchte Entwicklungen, 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 Schritt für Schritt manche Dinge umsetzen. Weil nächstes Jahr, da wir die Mannschaft haben, die auch in der Lage ist, das eigene Spiel so durchzuziehen und deswegen sind wir Schritte wichtig.